Vor einiger Zeit haben wir hier auf unserem 3 Minuten Umweltrechtskanal über den gewerberechtlichen Geschäftsführer gesprochen. So etwas gibt es in der Abfallbranche auch. Dort heißt er abfallrechtlicher Geschäftsführer und mit dem wollen wir uns in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht ein bisschen näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wenn ich in Österreich ein Gewerbe ausübe, dann muss ich unter gewissen Voraussetzungen, insbesondere dann, wenn ich das in der Form einer juristischen Person machen möchte, einen gewerberechtlichen Geschäftsführer zwingend bestellen. Nachdem der Gesetzgeber des Abfallwirtschaftsgesetzes ziemliche Anleihen in der Gewerbeordnung genommen hat, gibt es im Abfallwirtschaftsrecht das Institut des abfallrechtlichen Geschäftsführers. Auf den ersten Blick, sollte man meinen, funktioniert der abfallrechtliche Geschäftsführer ähnlich wie der gewerberechtliche Geschäftsführer. Im Detail ist dies allerdings nicht so. Wie auch der gewerberechtliche Geschäftsführer muss der abfallrechtliche Geschäftsführer in der Lage sein, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen. Er muss mit entsprechenden Pouvoirs ausgestattet sein. Er muss die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen, um sich im Betrieb eben entsprechend betätigen zu können. Aber er ist nur für den Bereich des Umgangs, des Sammelns und Behandelns von gefährlichen Abfällen zwingend zu bestellen. Wenn der Abfallunternehmer mit nicht gefährlichen Abfällen umgeht, diese behandelt, diese sammelt, diese weitergibt, diese beseitigt, dann muss er keinen abfallrechtlichen Geschäftsführer bestellen. Da heißt das Ganze dann verantwortliche Person und ist in einer ganz anderen Bestimmung im AWG geregelt. Führt in der Praxis zu Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn ich nicht genau weiß, ob es jetzt um gefährliche Abfälle geht oder um nicht gefährliche Abfälle geht, weil, genauso wie der gewerberechtliche Geschäftsführer, ist der abfallrechtliche Geschäftsführer, wenn er bestellt ist, für die Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften verantwortlich und verantwortlich heißt verwaltungsstrafrechtlich entsprechend verantwortlich. Einen weiteren Unterschied zum gewerberechtlichen Geschäftsführer gibt es auch noch. Während ich einen gewerberechtlichen Geschäftsführer innerhalb eines Konzerns für mehrere Tochter- oder Schwestergesellschaften bestellen kann, kann ich einen abfallrechtlichen Geschäftsführer, ähnlich wie in der Gewerbeordnung, maximal für zwei unterschiedliche Unternehmen bestellen, weil er eben entsprechend in der Lage sein muss, sich im Betrieb zu betätigen. Wenn ich keinen abfallrechtlichen Geschäftsführer bestellt habe, dann bin ich als Unternehmer in der Abfallwirtschaft verwaltungsstrafrechtlich selbst derjenige, der im Zweifel als Beschuldigter geführt wird, beziehungsweise wenn ich das Ausscheiden eines abfallrechtlichen Geschäftsführers nicht entsprechend bekannt gebe, keinen neuen bestelle, obwohl ich dazu eigentlich verpflichtet bin, dann steht auch das unter entsprechender Strafdrohung. Das heißt, jeder, der in der Abfallbranche tätig ist und insbesondere mit gefährlichen Abfällen etwas zu tun hat, ist gut beraten, sich mit den Vorschriften des § 26 über den abfallrechtlichen Geschäftsführer genauso auseinanderzusetzen, wie mit den Vorschriften des gewerberechtlichen Geschäftsführers, da die Unterschiede im Detail doch existieren. Vielen Dank.